Was passiert, wenn ich nach der ersten Impfung positiv bin? Also durch die Impfung kann kein Test positiv werden, aber die erste Impfung schützt nicht unbedingt vor einer Erkrankung und insofern kann es sein, dass ich mich in diesem Zeitraum einfach noch anstecke und momentan empfehlen wir, nicht weiter zu impfen, aber es kann sein, dass sich diese Empfehlung ändert. Untertitelung des ZDF für funk, 2017